Wie man BigBlueButton als Aktivität in Moodle einfügen und konfigurieren kann. In meinem Moodle-Kurs schalte ich zuerst den Bearbeitungsmodus ein, dann füge ich die Aktivität BigBlueButton hinzu. Den Instanztyp lässt man in der Regel auf der Standardeinstellung Meeting mit Aufzeichnung. Der alternative Instanztyp NurMeeting kann allenfalls genutzt werden, wenn man bereits Aufzeichnungen hat, die man auf Nichts sichtbar stellen möchte. Nur Aufzeichnungen kann genutzt werden, wenn man nur die Aufzeichnungen sichtbar machen möchte, nicht aber den Zugang zu einem Meeting ermöglichen möchte. Unter Allgemein gebe ich einen Namen für das Meeting ein, optional eine Beschreibung. Diese Beschreibung würde dann auf der Seite angezeigt werden, über die man gelangt, wenn man zum Meeting möchte. In den Meeting-Einstellungen kann man ebenfalls optional einen Begrüßungstext hinzufügen. Unter Verwendung eines Platzhalts mit dem Namen des Konferenzraumes und rudimentieren HTML-Formatierungen oder Emojis könnte der Begrüßungstext dann zum Beispiel so aussehen. Der Text erscheint im Meeting-Raum oberhalb des Chat-Bereiches auf der linken Seite. Standardmäßig hat ein BBB-Meeting eine Aufnahmeoption. Wird der Haken bei Das Meeting kann aufgezeichnet werden entfernt, kann die Aufnahmefunktion deaktiviert werden. Optional kann bei Warten auf Moderatorin eingestellt werden, dass das Meeting erst beginnt, wenn die moderierende Person eintritt. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass alle Teilnehmenden beim Eintreten erst einmal stumm geschaltet werden. Sie können aber jederzeit ihr Audio verbinden. Dagegen können im Bereich Einstellungen sperren die Rechte der teilnehmenden Personen hart ausgeschaltet werden, zum Beispiel Webcams und Mikros der Teilnehmenden gesperrt werden oder auch die Teilnehmerliste verborgen werden. Unter Präsentationsinhalt kann eine Präsentation vorzugsweise im PDF-Format vorab hinzugefügt werden, entweder direkt per Track & Drop oder über die Dateiauswahl. Diese PDF wird dann unmittelbar zu Beginn des Meetings anstelle der Standardpräsentation auf der Präsentationsfläche erscheinen. Wichtig ist dann noch der Bereich Zugewiesene Rolle im Meeting. Hier wird festgelegt, wer welche Rolle im Meeting hat. Es gibt dabei zwei Rollen, Moderatorin und Zuschauerin. Standardmäßig sind alle, die mit einer Lehrendenrolle im betreffenden Moodle-Kurs sind, immer auch Moderatorinnen. Alle, die als Studierende im Kurs eingeschrieben sind, sind automatisch ZuschauerInnen. Dies kann man ändern und zum Beispiel alle Studierenden im Kurs hochstufen. Man kann aber auch für konkrete Rollen im Kurs oder für konkrete Nutzende die Rolle ändern. Zeitplan ist optional und würde den Zugang zu einem Meeting zeitgesteuert öffnen und schließen. Das ist in den seltensten Fällen sinnvoll. Man kann BBB-Räume unter weitere Einstellungen auch für Gruppen einrichten und man kann auch Voraussetzungen für die Teilnahme hinzufügen. Ist alles fertig konfiguriert, kommt man mit Speichern und Anzeigen direkt zu der dem Meeting vorgeschalteten Seite, von der aus man den Meetingraum betreten kann. Hat man bereits Aufzeichnungen erstellt, erscheinen diese ebenfalls auf dieser Seite in einer Tabelle.